Wie halten Sie Ihre Haut sauber und lebendig? Physikalische Vakuumtechnologie ist sicherer als Chemikalien. Verschiedene Saugsonden für unterschiedliche Hautzustände. Verschiedene Saugstufen für verschiedene Hauttypen. Sicher zu verwenden für die tiefe Gesichtsreinigung ohne Chemikalien. Entfernt effektiv mit Esser Whiteheads Öl- und Aknebehandlung. Can bietet zwei Wochen täglichen Gebrauch. Erhöht die Durchblutung und Hautelastizität. Lassen Sie Ihr Gesicht weicher und glatter fühlen.